so mit dem nameless schein der ist ein biest nameless ist cool ja wer geht denn jetzt mitte warte mal sehen oder 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 lass mich bitte gehen dann kann der dann kannst du zusammen mit dem mit dem geld zocken dann gehe ich auf die mitte und dann kannst du mit hier habibo auf die top lane gehen oder zion oh da ist ein zion da ist ein ziemlich aggressiver zeus auch spiel einfach kein support mach einfach mach einfach krass damage damage und tanken mehr muss ich machen alter bitte was was zeus denn für ein krasser typ der schon level fünf ja ja Ich bin gleich RIP. Ich glaub, ich geh back. Guten Morgen. Naja, ist Abend eher, oder? Morgen ist es, wenn man aufgestanden ist. Sion stirbt. Aber moin Donnersocke an dieser Stelle. Alter, wie kann man so krassen Damage machen? Du musst nur noch mehr Seelen haben. Seelen, Seelen, überall wo ich gehe. Ist das krank? Das war's. Das war's. Es ist so blöd, dass es hier keine Mistpinks gibt, ey. Der Stunt mich, der kommt angelaufen, zack, tot. Säle, Säle, überall wo ich gehe. Sagt uns das, ich muss Warden gehen und mehr auf die Map gucken. Schöner Gang Boy, schöner Gang. Wenn man dankt. Och. Schöner Gang. Ich zieh mir meine Mangas. Souls, Souls, everywhere I turn. Okay. Sonst geht's aber, ja? Ja, Ward. Moin Mumbai. Ich stelle ein Ward. Da ist so ein Ward. Der von mir. Einschnüren. Ah, der... Ah, da kam ich. Konnte ich machen, was ich will. Der hatte noch Mana gehabt. Und jetzt ist erst mein Heal fertig gewesen. Und ich hatte keinen Mana mehr für selber Heal. Scheiße. So, jetzt ein Zeus. Ja, wir haben Platz 2 in Mumbai. Okay. Leben, Life Rack. Immer das. Souls, Souls, everywhere I turn. Oh. Alter. Wow. Jessica, vielen Dank für die Hostung. Oh nein, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ei, 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 ei. Ey, ich hab leider Kopfhörer auf der Playstation auf, deswegen hab ich das gerade erst im Chat gesehen, dass du reingehostet hast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dein Stream war wunderschön. Ich guck dir manchmal beim Singen zu. Das ist immer ganz lustig. Oh, Mann. Jo, Bombay, alles klar. Äh, wenn sonst noch jemand mitspielen möchte, dürft ihr gerne einfach eine Anfrage schicken. Äh, Achtung, linke Lane. Ich kann leider nicht porten. Your middle tower is under attack. Ich muss auch gerade mitte deffen. Also der ist ein bisschen mutig, der Typ hier. Muss ich sagen. Okay, die wollen nicht pushen. Ich dachte, die pushen hier, aber die pushen nicht. Und wenn sie pushen, port ich hin. Keine Angst. So. Ja, der Turm, der ist easy. Guck mal. Gar kein. Gar kein Erleben mehr. Weg ist er. Da. Oh, eigentlich muss ich nach rechts rotieren. Ich wollte links die Rune holen. Ich porte. Oh, Mann. Kann man irgendwas starten? So viel dazu. Ich muss was kaufen hier. Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich Hades. Der ist geil. Der macht nix außer rumlaufen und nicht sterben und einfach Damage over time raushauen. Oh, die können nix dagegen machen. Explosive. Leider kein Stun mehr. Vielleicht muss ich gleich zur Mitte porten. Yikes. Oh, erstmal eingeschnürt. Oh, der geht volle Lotte da rein. Aua. Aua. Okay. Wie Auto taggt man in dem Game? Äh, mit X. Und hallo, Jess, nochmal. Warum muss ich denn jetzt auf die Botlane gehen, Leute? Wo ist der Botlaner? Hm. Du kannst hier eine Option einstellen, welche Einheit du gerne angreifen möchtest. Ob du die Einheit angreifen willst, die am nächsten an dir dran steht. Oder ob du die Einheit angreifen willst, die die wenigsten Leben hat. Und dann kannst du zusätzlich, guck mal, da oben in der Ecke, da steht Wechseln, Zielpriorität, Held. Dann kann ich noch Vasall und jetzt kann ich zum Beispiel auch Gebäude einstellen. So. Jetzt greife ich automatisch das Gebäude ein. Jetzt kommt ein Held. Dann mache ich, wie sehe ich jetzt Held an? Dann kille ich den mal schnell. So. Dann ist er tot. Dann level ich mal. Wunderbar. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Alter, das Einschnüren hält irgendwie drei Wochen, gefühlt. Wer ist denn da? Stirb. Stirb, bitte. Stirb. Ich nehme die alle mit, Alter. Geil. Oh man, einer hat mich erwischt. Okay, was können wir noch bauen? Absoluter Nullpunkt ist natürlich geil. Das wäre eine Sache, die wir noch machen könnten. Gibt Energie, Rüstung, Energie, Schaden. Ja, komm. Wunderbar. Kannst knicken, hab kein Farm, nix mit dem Char. Dann weiß ich nicht. 4000, ja. Bist ein bisschen hinterher. 1, 4. Aber eben die Gangs haben noch gut geklappt. Ah, Stufe 11 ist halt auch ein bisschen, obwohl der andere ist auch erst so niedrig. L Minions, aua. Au, 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 au. Au, hier hinten, 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 hinten. Schön, dass dann... Oh, hier, Galeth, Galeth, Galeth. Oh, Alter, 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 jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ich heil so viel, ich kann. Sehr nice. Da vorne ist noch eine. Ich hab gleich wieder Ulti. Oh, der hat mich gesloutet. Schön. Super gemacht. Oh, oh, oh. Ah, Nemo ist wieder da. Hä? Der Stun ging mal schön daneben, mein Freund. Zoi ist schon wieder da. Sechs Wochen Stun erstmal. Kriegen wir den Tower? Dürfte gehen, oder? Wir nehmen euch mal ein bisschen Heal. Ich kann nichts drücken. Fuck. Jawohl, den nimmst du dir noch mit. Sehr gut. Äh, er ist, äh, Zentaur... Ne, wie heißt der? Zentaurus? Taur, Zenturion? Wie heißt der nochmal? Minotau. Okay. Oh, Galeth geht voll rein. Bin gleich am Start, Leute, dann können wir ein bisschen feiern hier. Machen wir ein bisschen Party. Hände hoch, Wochenende, sag ich dazu nur. Sechs Wochen Stun, Alter. Sechs Wochen Stun. Alter, wie ich ihn hochheile. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Oh, er ist trotzdem tot. Alter, wie auf welchen der das noch sagen, diesen Spruch. Kann man das irgendwie ausstellen? Ist ja grauenhaft. Ist ja grauenhaft. Oh, er ist ja grauenhaft. Die Angelegenheit hat mich sehr gut geblit. Souls, Souls. Souls. Ach, kriegt er schon die Axt in den Kopf geworfen. Oder sie. Vermastun, bester Stun Äh, okay Von zwei Türmen angegriffen Und noch gestunnt gewesen Oh, da kommst du nicht durch Erby ist tot Lauf, lauf Eingeschnürt Raus, nein, schade Okay, mein Item ist schon wieder fertig Was nehmen wir denn noch mit? Medusa Reatomisierer, Reatomisierer Wäre natürlich auch eine coole Sache Was ist denn das Item, was Damage reflektiert? Welches war denn das? Das hier, Deflektorplatte Ah, die hab ich, das hab ich schon, okay Äh Hier halte ich ein Schild Eine Chance für 75% 70 erlittenen Standardschaden Aus Standardangriff zu absorbieren Macht da irgendeiner Standardschaden? Eigentlich nicht so viele Attack Speed Rüstung Angriff, Schaden, Rüstung Nehmen wir mal das mit Hallo, ist sie wahnsinnig? Ob die wahnsinnig ist? Also Hades ist schon krass Muss ich sagen Hades ist richtig krasser Held Für Mitte- oder Solo-Lane Uff, sag ich nur Uff, zwei O und eine F Minutau ist natürlich auch Ein richtig krasser Held Eine meiner Lieblingshelden Momentan noch Ah, oh Brutal Äh Äh Ich fiel schon wieder was ab hier Ah, lass sie mal schön Ihren Port verbrauchen Ja, warum bist du so schnell? Aua I tried so hard It was not fun In the end I died like a noob Muss mich auch an die Champs gewöhnen Was sie können Habibu Wie viel stehst du denn? Alpha Xerox 4, 5, 5 Ist doch okay Ist doch okay Machst du noch einen Kill Dann ist doch alles gut Ich carry dich doch Gar kein Problem Saki Was Sakibo 15 Bin nach einer sehr sehr langen Zeit Mal auch wieder auf Twitch Zuletzt habe ich dir beim Paragon Spielen zugeguckt Rip Paragon Rip Paragon Mein Freund Herzlich Willkommen Schön, dass du zurück bist Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen? Ach, habe ich das Item schon wieder gebaut? Hier, was baue ich denn jetzt? Raum Disruptor Zeus Zepter Ich baue mal einen Atomisierer Es wird wieder atomisiert, meine Freunde So, können wir mal finishen hier So wie Skandinavia Oh Mann, jetzt wird da oben wieder gequieselt Und irgendeiner stirbt Jo Ich warte mal hier gediegen Ich werde auch mittelweiter deathen können, aber Wo sind die hin? Killgönnung Mitte wird gepusht Er ist halt sehr langsam unterwegs Er ist halt sehr langsam unterwegs, der Dude Ruhig Und gemächlich Einmal Stun bitte hier Ich kann mich nicht bewegen Achso, ich bin eingeschnürt Lol Ich komme, ich komme, ich komme Gleich wieder Ulti ready Komm, der ist Ripp Eingeschnürt Vielleicht sollten wir noch einen Tower killen Also Bottom oder Top oder irgendwie so Wieder eingeschnürt Ich habe alles raus, Leute Ich habe alles raus Ich sehe gar nicht, was hier passiert Keine Ahnung, Alter Ist das krank, ey Ich bin immer noch full live Alter, ist das geil Wer ist das denn hier? Find euch Mit Mana ist gleich leer Jo Jetzt Das war's Alter, wer ist das? Ist tot, okay Oh ja, die Tussi, kill die Ich habe mal alles Alles vereist hier auf dem Boden Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich halte, ich halte, ich halte Yes Alter Einfach OP Einfach OP Diese Hades Wie lange ich heute mache Ähm, so bis Drei Oder so